Hallo, weiter geht's in der Lava-Welt hier. Welt 6 dürfte es jetzt sein. Okay, ach das ist ja jetzt schon eklig. Wie komme ich denn da hoch? Du bist hier... Ehrlich, wie kommt man denn da hoch? Das war dumm. Aber hier gibt es keine unssichtbaren Lücke. Fuck! Fuck! Oh, 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 oh. Miese Stellen hier. Ich hoffe, das wird nicht noch schlimmer. Was sucht der Reaper hier? Das ist ein Weg. Oh, oh, schön, schön. Tag, bloß ich darf jetzt hier nach unsichtbaren Dings suchen. Okay, durchwärts kann ich ja eh nicht. Dank. Überschwebt, überschwebt. Ah, da ist ein Bulli. Nein! Okay, dann halt nur der normale Ausgang erst mal. Äh... Oh... Oh nein! Rankengedöns! Igitt! Rankengedöns und Lava ist ja eklig. Okay, das haben wir überstanden. Da steht alle Scheiße! Ihr steht alle sowas von Scheiße! Da war doch bestimmt irgendein komischer, unsichtbarer Gang. Da bin ich mal nicht gespannt, was es da oben gibt. Jippie! Muss bloß aufpassen! Schreckfreien! Schreckfreien! Den hab ich gar nicht gesehen, den. Den nackten Koopa. Ich höre Metroid Musik. Es gefällt mir nicht. Das heißt doch nichts Gutes. Der mir sch... Grat! Ja, erschreckt mein ich. Ihr seid ja leider nicht... ...zutöten auf normale Weise. Warum bist du denn nicht oben gelandet? Wie verdoppelt man... Oh! Und der rutscht. Nicht gut, nicht gut. Ich kann jetzt mir nicht die Power-Up einwerfen. Jetzt aber. Ja, ich die Zeit dafür... ...stirbt er ja? Ja, das dürfte jetzt der Sturm sein. Auch ein Maulwurf dürfte... ...da aber nicht standhalten. Und... ...übersprungen... ...rüber schafft. Jetzt da rein. Hoch genug... Oh! 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 Äh... Kids? Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Oh! Scheiße! Oh nein! Nicht nochmal! Rankenlabyrinth in der Lava! Ich... 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 Ja... Ich... Ich kann kotzen. Ach... Scheiße! Man kann wenigstens ein bisschen abkürzen. Maulwurf! Kami mal! Ist der Feuer nicht runtergefallen? Ist der Feuer nicht runtergefallen? Ist ja scheißegal, ob ich ein Power-Up hab oder nicht. Weil wenn ich gegen Lava springe, bin ich tot. Ich... Ich... Hätte es trotzdem gern... Oh Gott! Oh Gott! Hör auf damit. Der Dino fällt jetzt erstmal in den Tod. Okay. Hör ab. Ich bin wieder da. Oh. Und hier gibt es noch einen zweiten Ausweg? Oder wie? Willst du noch ein Leben bekommen? Hier soll ein zweiten... Soll es... Doch, ich... Ja. Ich vermute, ich weiß, glaube, wo, aber... Aber... Da muss ich den Tanuki-Soup behalten. Äh... So kann ich mich jetzt nicht ducken. Ist auch nicht schlimm. Ach Gott. Ich nehm's einfach mit. Ich nehm's einfach mit. Ach ja, der Typ hat mir letztes Mal den Tanuki-Soup-Coup klaut. Ganz vergessen. So, jetzt kommt... Der Depp. Hm... Den... 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 Schnell, 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 schnell! So, sind wir schon mal rüber. Nein! Oh, fuck! Raus da! Mario! Ach, Mist! Ah, man soll sich da... Überschwingen! Da, da, da! Hier kann ich stehen bleiben. Doof, dass man diesen blöden Tanuki-Soup braucht. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber anders kann ich mir das jetzt nicht erklären mit dem... zweiten Ausgang. Die stehen schnell wieder auf. Dort! Reaper, Bekda! Ranken-Lava-Gedöns. Hier vom Feinsten. Boah! Habe ich schon gesagt, dass ich Ranken nicht mag? Glaub, jedes Mal, wenn so eine Ranken kommen, sage ich das. Da ist er! Den lassen wir das mal abziehen. Mann, scheiße! Ha! Verdammt! Drecks-Level! Ja, langsam reicht's! Ja, wie sollen das Timing klappen da? Mann, stößt sich doch da den Kopf! Mann, ist doch kacke! Geh mir aus dem Weg Scheiße Das ganze Leben weg Ja, wegen so rumgewurste Scheiße Ich will doch nur den zweiten Ausgast Gib mir den zweiten Ausgast Ja, er ist Ja, das Super Mario 64 Syndrom Er läuft gern mal in die Lava Der Bully So Verpiss dich Wie oft will ich eigentlich noch dieses Rankengedöns machen? Oder wie oft muss ich das noch machen? Du bist ein Weg, Junge Und du auch Muss ich da oben reinfliegen? Sonst fällt mir jetzt kein anderer Weg ein Ja Ich hab's im Prinzip grad gelöst Jetzt darf ich bloß nicht sterben Oha Ich weiß jetzt nicht Alter Alter Und ich bin ich den richtigen Weg lang Alter 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 Die Metroid-Mucke macht dich besser Ich muss dich umlangen Ja Ja Komm her Ich hatte den richtigen Riecher Okay, kein zweiter Weg Aber der wird dann mich entweder nach unten oder nach oben zur Röhre bringen Crazy Hot Caverns Oh Ein Yoshis Island Level Okay Da ist kein Power Up drin Was ich so gern jetzt hätte Äh Den Das hätte ich jetzt gern noch behalten Scheiße Eh Pinguine Die fallen doch noch nach unten Wie lange kann ich den in der Hand halten Gar nicht Wir machen mal hier einen Cut, wa? Also Folgendes Ende Tschüss Auf Wiedersehen